Mit der Eröffnungsrakete Schupinassow ist der Startschuss für die diesjährigen Stierläufe im nordspanischen Pamplona gefallen. Tausende Menschen, traditionell in weißen Händen und mit roten Halstüchern, feierten vor dem Rathaus im Zentrum der Stadt den Beginn des San Fermines Festes. US-Schriftsteller Ernest Hemingway hatte einst mit seinem Roman Fiesta die Veranstaltung berühmt gemacht. Das Fest wird seit 1591 zu Ehren des heiligen Fermin des Älteren gefeiert, eines Sohnes der Stadt, der um das dritte Jahrhundert nach Christus die Gegend um das französische Amiens missionierte. Acht Tage lang werden Kampfbullen von hunderten Männern durch die engen Gassen in die Arena gejagt.